Fick dich Neuer, alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Tja, dann hat sich das mal erledigt, dass wir Freunde werden. Hä? Ey, guck mal, die hat einen Ständer. Ach du Scheiße, was ist denn so ein Spiel? Ja, ja, ich komm, ich komm. Chill mal. Man, legate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow-Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing Pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole-Elves at all costs! Elfersack! Okay. Ich fahr da durch dich heraus. Was? Da kommt noch einer zu! Ich stünde! Ich fahr da durch dich heraus. Ich fahr da durch dich heraus. Du bist aufgetaucht, Drow-Elf! Die Potions werden dich heilen. Hier! Du bist aufgetaucht, Drow-Elf! Die Potions werden dich heilen. Hier! Jetzt reicht's mir! Ach, okay, nimm ich das. Klumpen Scheiße! Käsebäldchen, okay. Komm, käsebäldchen! Das ist so wunzig! Du kannst jede Runde erst einen Gegenstand und einfach rausnehmen. Verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Okay. Ja. Okay. Okay. Oh Gott, ey! Ich bin dran. Ich würde sagen, wir machen mal einen Feuerangriff auf dich hier, Bitch! Ja, verpiss dich! Perfekt! Angriff! Auf dich! Oh! Great job, D-Fag! Jawoll! Ich bin fertig? Jawoll! Ich bin fertig? Okay, den nächsten helfen. Lass die Katze in Ruhe! Ey, wieso kommt da immer noch einer zur Hilfe? Wo wieder? Was naht Du auf dich, Douchbag? Der er stand da gerade da, also geh gehen! Komm, schau den Eifern! Wer dich jetzt so auch. Ähhh... was? Wenn er Waffe bringen will... Ah! Er hat mich geploppt! Die Sau! Ah Mann, er warte quasi! Du kannst ihn so einfach machen! Du musst ihn nicht einfach versauen. Du musst uns einen anderen Taktik aus der Unterricht schlafen. Okay, okay. Ja, ja. Wenn deine Waffe blinkt, dann... Was? Den Waffen zu treffen oder den Waffen zu treffen? Ja, will ich ja! Maul jetzt! Ja, Bitch, das ist was du für f***ing mit der Wizard Gang! Äh! Hey, Death! Careful, Deucebag! That guy's ready for your arrows now! You gotta try something else! Äh, Gegner mit Reflexionshaltung können Angriffe und Distanzwaffen condornen. Mindestens die Fähigkeit mit Nahkampfangriffe. Okay. Fähigkeit mit Nahkampfangriffe. Probier's mal damit, Bitch! Go, Fireball! Oh! Great job, Deucebag! Beide auf einmal vernichtet. BIAT! Muss den noch retten. Was? Droppt der was oder was? Ach, der droppt was? Ach, ist ja geil. Ich wusste, dass die droppen. Nein, Nein, Nein! Fight to the Last Man! Easy again! Jesus Christ! Lass ihn in der Woehe! A dump! Let's do this, Deucebag! Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly! Okay. Okay. Ich hab's verstanden. So. Shield zerstört. Was? Shit, man. Benutz dich nochmal. Jawoll. Ich hätte noch was bekommen müssen. Wieso hat denn der das immer? Das ist voll scheiße. Woher hat denn der denn immer das neue Schild, man? Fuck it! Okay. Ich wollte halt mal was cooles machen. Woah. Aber die dauern dann voll lange, bis ich die besiegt hab. Es ist voll scheiße. Ich mach dich fertig. Jetzt kriegst du deine Attacke, die du verdient hast. Jaaaaah... Das! Jaaaaah... Ich dachte, das klappt, okay. Ich mach dich fertig. Jetzt kriegst du deine Attacke, die du verdient hast. Jaaaaah... Das! und wie ich bin eigentlich nicht ein paar e-mails die fielgab mann ja was der her weil es der tot wird auch noch mal Also, was heißt das? Was, was, was? Achso, Rüstung, Seng, den Schaden, Lechtreifer, Benutzer, gegen Rüstung, was? Benutzer, gegen Rüstungen, Wachtangriffe oder Fähigkeiten, nicht für eure Einzeltreffer, okay. Verdammt, ich hab hier aber gerade nichts. Verdammt, das war richtig scheiße. Nochmal probieren. Verdammt! Jetzt sag ich dir mal eine Powerattacke, da hast ich aber dann gleich... Greif ihn an! Go! That's it! Now finish him! Now! Alter! Jetzt bist du dran, bitch! Ich mach' ich fertig jetzt, reicht's mir endgültig. Booyah! Ey, cool! Das sind die beiden! Drow-Elf, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole-Elf! Better luck next time! Na, 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 na! We still control the universe! Ha, 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 ha! It's gone! What? Was? Hä? Da war doch keiner im Zelt drin. Verdammt! Das war dein einzigartiger Job, Clyde! Die Stücke der fucking Wahrheit! Tja, so fängt das Spiel, glaub ich, einfach an. Clyde, du bist hierbei... ...bannisht von Space und Zeit! What? No! Du kannst das nicht tun! Ja, ich kann! Du bist bannisht und verloren in Zeit und Zeit! Yeah! Geh nach Hause, Clyde! Yeah! Geh nach Hause, Clyde! Du hast du auf der Battelfeld, Douchebag! Ja, der Duke kann mir ein Douchebag machen, was du sicher kannst! Shut up, Scott, nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Okay. Halt mal! Oh, sorry. Wollte ich... Äh. Ja. Gucken wir mal nach Ausrüstung. Level 2, kann ich das schon machen? Ich bin Level 2. So geil. Okay, ich hab 16 Dollar zurück. Waffen. Kann ich mir mittlerweile vielleicht was Cooleres holen? Was Mächtigeres? Ähm. Blitz-Zauber-Stab. Hört sich doch cool an, oder? Ich brauch jetzt auf jeden Fall was für... Sichelschwert. Juden-Stab. Ich hol mir jetzt den Blitz-Zauber-Stab. Schwäch den Angriff des Ziels bei perfekten Angriffen. 13 bis 18. Wollen wir einfach mal kaufen. Äh, Ausrüstung. Ähm. Nehmen wir uns noch den Helm, oder? Kaufen. Also hier kann ich mir echt so die ganzen Skills... Die kann... Hier kann ich mir jetzt also so die ganzen Skills draufhauen. Damit rüchten wir uns jetzt auf. Und dann hauen wir mir noch ein... Hm. Wo ist der Helm? Wo ist der Helm? Ah, hier. Bam. Boah, sieht das scheiße aus. Aber egal, ich bin jetzt cool. Hallo. Oh, mein. Oh, mein. Ist das Spanisch? Oh, mein. Äh, wie der lacht. Das finde ich ja geil. Ich habe gerade einen Brief bekommen oder sowas, oder? Ich habe einen neuen Freund. Hey, alle. Wir haben einen neuen mit uns ins Spiel. Blablabla. Dein König verlangt an den zehnten Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Äh? Okay, also... Kann ich einfach... Äh, ich kann einfach in sein Zimmer rein. Das zeige ich doch gleich mal aus, oder? Äh, this is the King's Room. I don't think we're supposed to be in here. What, Jackie, are you looking for? Alles nehmen. Okay. Äh, alles nehmen. Äh, da wachsen Pilze drin. Hä? Ah, nee, da kann... Was? Hat's hier was? Wow, Eric has a lot of cool stuff. Aber ich kann hier nichts anfangen, ne? Nee, hier gibt's nichts. Okay. Äh. Was ist denn jetzt eigentlich gerade... Ah. Mein... Ne... Quest. Suche Craig in seinem Haus und sprich mit ihm über das Spiel. Geh zu Token, schick ein Haus, schick ein Haus, wenn du tweak ein Kaffee, tweak bros. Suche Craig in seinem Haus. Okay, ähm, Karte. Jetzt seh ich jetzt wo... In welchem Haus wohnt denn der? Really? Woher soll... Äh? Woher soll ich das jetzt wissen? Da ist der. Und wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Gehen wir mal gerade weiter. Hier gibt's nichts mehr? Okay. Neue Nachricht von Clyde. Fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Ja. Dann hat sich das mal erledigt, dass wir Freunde werden. Au! Muss ich die Geraden kaputt haben, oder was? Ich komme da nicht dran vorbei. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Wow. Äh. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo bin ich? Da bin ich. Da komme ich nicht rüber. Das heißt, ich muss hier die Straße hoch. Okay. Das machen wir jetzt. Da gehen wir jetzt hin. Oh! Hä? Das ist geil. Was? Ach so, das wollte ich gar nicht machen. Wo bin ich jetzt? Toll, der hat mich quasi nirgendwo hingefahren. Super cool. Nein. Diese Lands holden many dangers, new kid. Tia, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. You're mine now. Was? HAAA! In your face! Was ist das? Take this! Shit, Alter! Was ist das? Heilende Bewahrung? Ähm. Heilende Bewahrung. Hurry up! Hehehe Ei ei Ist sein Begleiter dran zu keiner einen Gegenstand oder hast eine schnelle Aktion verwenden Wenn er angreift, endet die Runde für ihn Wenn es dazu zuerst ein Gegenstand sind Ja, ok Fähigkeiten Hammer der Gerechtigkeit Bude schwingt sein Badus Das sucks Badus trifft alle Feinde nebenan stehen Mhhm 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 Was ist das? Untersuchen Mhhm Mhhihm Mhhmm Mhhm Jajajajaj Mhhm 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 Hilft das denn? Jawohl! Ja, 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 mach! Ich muss angreifen! Ich muss als erstes den mit dem Schill vorbei kommen Was macht der? Was? Achtung, pass auf! Jetzt wird angegriffen, Batsch! Und zwar... greifen wir den hier wieder an! Bist du blutig denn schon wieder? Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal Du, du bist ja trotzdem noch! Ist das scheiße? Ähm... Weißt du was? Ich greife an mit Schwierigkeiten! Was ist das? Lenke deinen Falt mit magischer Schlafpulverappe Weil er vorgleich in Durchführung und sein Ziel betäubt Ähm... We're still doing this, right? Ohhhh... Ohhhh... Jawoll! Was war denn das? Ah! 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 Shit, Mann! Fähigkeiten! Nein, hast du gar nicht! Stop digging around! Hä? Achso, ja... Halt mich! Danke, Danke! Und ein Angriff noch! Und ein Angriff noch! Ah, Motherfucker! Verdammt! Ich kann gar nicht zu schnell abwerfen! Jetzt reicht's! Irgendwann ist mal Schluss, Bitch! Wie viel hat der noch? Hey! Nein! Okay, ich muss... Ich muss... Du musst dich heilen! Und dann... Fähigkeiten! Hast du keinen Shit! Ähm... Doch! Du bist der Nächte! Shit, Mann! Der ist gleich tot! Ja, natürliches Problem gerade! Ich muss dem helfen! Äh, äh... Und da noch einen Angriff starten! Welchen nehme ich? Ich muss erst an dem... Ich muss erst an den vorbei! Ne, halt! Kann ich hier was nehmen? Okay! Stopp! Dicken around! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Guck! Wo halte ich es für heute hier! F***! Du musst mich heilen, ey! Heil'ne Bewürrung! Jawoll... ...und jetzt greifen wir an! Geht immer noch nicht Alter Wann ist diese Muschidose Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst Aber jetzt, jetzt Aber, aber, äh, äh Jawoll So Fuck Er oder ich Heil in der Berührung This sucks I got your back, yo Thank you Okay, und dann Brauchen wir einen Angriff auf Dich Das ist so scheiße Ähm Ich muss es ihm geben Nimm das Wir können es schaffen Wir müssen nur an uns glauben Ähm, das kann ich jetzt nicht mehr benutzen Come on Nee, doch nicht Auf dich gehe ich los Was hat er gemacht? Okay, wir greifen jetzt da an So So Jawoll Alter Das war voll schwer Ich bin auch voll dumm in solchen Spielen Ich habe mal WoW gespielt, aber Äh, ich glaube, ich habe mich da besser angestellt So, wir gehen jetzt noch zu diesem Haus hin Oh, hallo Da oben Da oben sind die Elfen Was ist denn eigentlich das? Können wir da zur Bank reingehen? Nice Oh, Tutorial-Informationen Und halt anzuschauen Bede hilft darum Jetzt habe ich es nicht mehr gelesen können Excuse you Okay, das ist ein Sticker Hallo Welcome to the Bank of South Park Would you like to invest money with us today? Äh Ne Sorry, kid Come back when you have some money to invest Okay Ich kann also mein Geld vermehren da drin wahrscheinlich Ich muss noch zu der was sagen Entschuldigung, aber Hä? War das du? Haha, ja, das ist lustig Tau dann von mir ab oder sowas, wenn ich das mache Aha Okay, weiter Wir müssen jetzt zu diesem Reichenhaus da hingehen Oh shit, ich hätte auch vielleicht nicht hingehen müssen Aber egal Werden wir gleich sehen, du Bitch Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen Schreibt mir in die Kommentare, welche Stelle euch am besten gefallen hat Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Let's Play Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ich freue dich auch Bis zum nächsten Mal Tschüssle mit Küssle Boo Fats